Ich mache jetzt hier gerade die Beschreibung für den Stream fertig, für die Live-Dospenar und ja, ist halt schon bald 3 Uhr morgens, deswegen... Okay, ähm, tatsächlich ist der Unterschied auf dem Referenzmonitor deutlich krasser. Achtung, live in 5, 4, 3, 2, 1... Herzlich willkommen zu unserer Gospel-Nacht. Joy to my soul. Joy to my soul. But when I'm called, it's a call. I've heard there was a secret call that David played and at least the law. But you don't really care for music, do ya? I was walking with my feet and feet out of view. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Hör die Botschaft, hallo! Ho, 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 ho. Das war's für die mit der Gospel-Nacht 50 Digital Praise und ich hoffe, Sie haben und ihr habt viel Spaß gehabt. Das war ein anderes Format. Wir hoffen, wir beten dafür, dass wir bald wieder mit ganz viel Publikum hier in der Kirche eine Gospel-Nacht feiern können. ZANG EN MUZIEK Musik Musik Ja, nicht mal ansatzweise nicht überladen Also auf jeden Fall eine halbe Tonne drüber Meinst du, wer kann das ab? Ja, der Spritter schon, aber der Führer schein nicht Also die Produktion ist jetzt gelaufen Wir haben gestern noch, also um 19 Uhr einmal die Sendung gehabt und dann danach eben ja, noch einen kleinen Moment gefeiert und dann aber eben alles abgebaut und das ging, ja dann so ungefähr bis kurz nach vier um wirklich, das musste für den Gottesdienst dann eben da beim Kunden alles vorbereitet sein und deswegen musste alles tippitoppi sein und wir haben da natürlich dann auch geputzt und ja, das normale Streaming-Setup wieder eingerichtet und jetzt ist es eben ja, kurz nach 13 Uhr an diesem Tag wir haben uns alle ein bisschen ausgeschlafen und ja, machen jetzt die Technik Rücktransport Felix ist auf der Arbeit nochmal anderswo und ich bringe mir jetzt gerade das Auto zurück das Auto ich bin jetzt schon mal da so ein bisschen ich bin jetzt da so ein bisschen ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt